Hallo und herzlich willkommen mit Luna. So, und wohin? So, hier. Ne, lang mache ich auf keinen Fall. Ich schaffe es noch nicht mal mit. Achso, den blabbernden Profiten. Den können wir auch vergessen. Schließe 100% ab. Joa, das ist echt doof. Ja. Das ist nicht schlecht. Alaric, was hast denn du? Du hast gar nichts, deswegen. Dann werde ich das mal hier in Angriff nehmen. Das ist außerdem mal kurz. Kurz ist super. Kurz, Luna, was darf? Dann nehme ich mal mit Harlekin, dann können wir gleich entstressen. Sag mal Narb, willst du da vielleicht mal mit wieder? Das ist nett, oder? Nur mit Narb auf Tour. Ich glaube, mit Narb ist gar nicht so schlecht, wenn man auf Tour ist. So, du hast das, du hast das, super. Wenn wir da noch Hassan mitnehmen, nee, Rinscha mitnehmen. Aber ich glaube, der hat zwar ein Eins, ne? Position 1. Ja, wir brauchen dich ja nicht auf Position 1. Oder, wir brauchen dich. Ne, wir brauchen dich nicht auf Position 1. Dann nehmen wir Rinscha mit. Ich glaube, das ist kein... Ach, Rinscha will nicht. Oder, wir nehmen so und Fog hier mit. Aber das ist keine schöne Truppe, davon abgesehen. Das ist jetzt nicht unbedingt die schönste Truppe. Weil die hat keinen Damage-Steal. Aber, na, wo soll's? Wir haben es ja nur ein kurzer, ne? Ist ja nur was Kurzes. Und wenn's was Kurzes ist... Dann so... Hm, hier würde ich trotzdem mal... Auf Nummer sicher... Ne, was heißt auf Nummer sicher gehen? Zwei reichen mir hier, obwohl es wahrscheinlich mehr sind. Drei weiß ich nicht. Ja, manchmal, man weiß es ja nicht. Hier würde ich trotzdem auch nicht zu geizig sein. Im Labyrinth. Doch, ich bin mal ein bisschen geizig. Ich bin mal hier ein bisschen geizig. Ähm... Gift. Oh, ne. Obwohl, im Labyrinth. Im Labyrinth, glaube ich. Hm, bin mir nicht sicher. So, lassen wir jetzt so. Habe ich noch was vergessen? Irgendwas Gefühl, ich habe was vergessen. Wird ja schon alles angezeigt hier. 90% und geben wir... Hm. Jede Menge Kämpfe hier, ne? So, Narb. Immer eine Freude, mit dir unterwegs zu sein. Spinnen. Überraschte Spinnen. Nett. Ähm... Ach so, halt. Du kannst ja gleich loslegen. Jo. Nö, nee. Mach's mal so rum. Genau. So. Traumhaft. Ach, du stießt falsch. Du stießt trotzdem falsch. Du musst auf den zweiten Platz, damit du deine Kette einsetzen kannst. Habe ich natürlich nicht bedacht. Habe ich echt nicht bedacht. Ich hasse, ich hasse das. Ich hasse das, dass die... Jeder zweite Schlag ist ein kritischer. Wisst ihr das? Jeder zweite Schlag ist kritisch. Das ist echt doof. Ich find's doof. So. Ja, ja. Bei uns, da darf's ruhig kritisch sein. Narb, das war super. Davon abgesehen. Wir haben nix, glaub ich. Nee, natürlich nicht. Wartet. Wartet, wartet. Im Grunde ist die Gold. Wartet mal, du kannst doch... Kannst du nicht dich selbst irgendwie... Nee. Hm. Wartet nicht jetzt. Aber der Halt zur Zeit... Äh, jetzt hab ich's beschrien. Ich sag doch, jeder... Zweite Schlag ist ein kritischer Treffer. Ich weiß nicht so recht, wo ich dazu sagen soll. Nett. Wieso kann der eigentlich das nicht verwenden, ne? Ach so, weil der ganz vorne steht. Zieh ich ein. Oh. Sehr schön. Du brauchst es zwar jetzt nicht... Ist meistens so, ne? Wenn man es nicht braucht... Dann... Dann... Bekommt der richtig... Ja, wird der richtig kalt. Aber der Halt nicht schlecht, finde ich. Entweder denke ich das nicht. Ja, ich wollte mal schauen. Wie es weitergeht. Denkst du? Ich bin mir das nicht ganz sicher. Ich hole jetzt gerade speichern. Hab gedacht, wo ist denn ne... Wo ist denn speichertest? So, hier rein. Eigentlich kein Problem, oder? So, dann gehen wir... Ach komm, dann gehen wir gleich hier rein. Ja, mit Fackeln sieht es nicht so rösig aus. Ich hätte anzubieten... Weil gegen Gifthauch seid ihr ja völlig immun. Sowas hier. Und dann könnte ich ein bisschen Blut... Denn dagegen... Obwohl, 105, ne? Das ist... War nicht ohne. Sehr schön. 5, dann bist du schon mal weg. Dann können wir... 10 eventuell betäuben. Nein? Aber was sind die Betäuben? Ja, die haben... Die haben ziemlich hohe Werte, ne? Das müssen wir ihnen mal lassen. Die... 95 betäuben. Wow. Ist nicht ohne. Ich habe meine Freiheit aufgegeben. Das nenne ich Heilung. Und wie das setzt. Super. Ja, dann kaut den mal richtig schön durch. Ja, schön, wenn unser Schirme-Boy noch mal drankommen würde. Könnten ja... Genau. Könnte er jetzt noch ein bisschen entstressen. Und dann machen wir dem Ganzen ein Ende. Ja, so... So sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, ne? Ach, Bücher. Bäh. Bücher. Bäh. Bäh. Wer will schon Bücher? Gut, dann hätten wir das. Gehen wir wieder vor. Oh, dann müssen wir schon wieder... Müssen wir gleich zwei Kämpfe hintereinander veranstalten. Wer ist denn eigentlich geschickt? Wäre es dann... Ah, wir haben zu wenig Fackeln mitgenommen, sehe ich gerade. Wer ist denn eigentlich geschickt? Und hier in dem Raum zu lagern? Nee, ne? In dem Raum hier... In dem Raum zu lagern? Wenn ich jetzt hier lagere... Nee, dann... Nee, dann lieber lagern hier dann, ne? Und dann schauen, ne? Okay, machen wir so. Ach, hm. Sagt mir gar nichts. Sagt mir echt nichts. Hm. Okay. Moment mal. Das würde ich trotzdem gern noch ein bisschen Licht machen. Ich hätte... Ne, sowas. Aha. Dann hätte ich gerne sowas. Ja, besser konnte es ja nur nicht passieren. Ja, was Besseres konnte uns einfach nicht passieren. Wieso wieder setzen die sich alle nahe? Ah, da, ne? Ich sag das doch. Jeder... Also, ich glaub, die haben die Kritischen erhöht. Das war doch früher nie so viel kritische Treffer wie jetzt. Man, das ist ja auch. Vielleicht denke ich das nur, aber... Wisst ihr? Irgendwie das Gefühl, das ist zu viel kritisch. Aber, okay. Kann mich auch ehren. Also, bei uns können es ja nicht genug Kritisches sein, aber... Okay. Ist in Ordnung. Ausgewichtnis noch in Ordnung. Ach, komm mal, einmal... Ach, 145. Ja, okay. Okay. Ich sehe es ja auch. Sag doch gar nichts. Noch ganz ruhig. Nett. So. Hm. Dreißig. Wollen wir schauen, wie er uns da erwartet. Ah. Kotzer. Ein Kotzer, ein Wetzer und ein Drexer. Gifthauch. Okay. Ach, wisst ihr was? Den holen wir uns nach vorne. Ach, nee! Ich wollte den... Warte mal, wie ist denn das mit dem Betäuben? Ja. Immerhin. Hm. Bluten? Oder auch... Oder so. So. Wen stresst du? Nob. Nob darfst du stressen. Das ist in Ordnung. Ausgewichen. Arlequinen. Sehr schön. Acht Schaden. Dann ist er beim nächsten Mal weg. Ja, ja. Stress nur mal mit einem kleinen Narb. Aber das Schöne an Narb ist... Der kann sich heilen und entstressen. Ich meine, das ist... Ihr wisst. Wartet mal, jetzt machen wir mal ein bisschen... Zeichnen. Bluten. Ja, ist klar. Irgendwann muss ja mal was kommen, ja. Und wie sieht's eigentlich aus mit Gifthauch? Nicht so gut. Dann hau ich einfach... Boah. Gently. This is how a life is taken. Wie sind 120 betäuben? Boah. Ne, mach mal weiter. Bluten mal weiter. Aber so, wie lange denn der jetzt ziehen? Das ist noch nicht die Welt. Warte. Äh, du... Äh, jetzt halten wir die nicht. Das ist hier, ne? Sonst hat er mit 14 geheilt. Hattest irgendwas zu sagen, dass... Wenn ich das Licht jetzt höher mache, dass es dann besser ist? 18. Danke. Okay. Wie viel hat er jetzt? 15. Reicht noch lange nicht. Ausweichen. Puh. Nett. So, weiter geht's. Und 15. 15. Ähm, mach nochmal ihn. Ah, 2. Schade. Das hätte jetzt nochmal so schön gepasst, ne? So, das war sein Letzt. Was macht er? Ja, ist in Ordnung. Komm mal ab. Ähm. Ähm. Ich würde gerne nochmal ihn hier heilen. Oder ich kann auch nochmal ihn heilen. Und entstressen vor allen Dingen. Wir können... Ähm. Noch mehr entstressen. Dann können wir ihn vielleicht sogar mal in ein Untier verwandeln. Zwei. Jetzt kommen wir mit 42. Klar. Versteht. 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 Was haben wir denn hier drin? Unverschlossen. Der Inhalt gehört mir. Ähm. Hm. Hm. Ich mag die Nahrung nicht weggeben. Ich sag's euch, wie es ist. Ne, lass mal. Wir brauchen es ja nicht wirklich, ne? Wir brauchen das ja nun wirklich, nicht wirklich. Sieht gut aus, oder? Nehmen wir den... Achso, wir wollten ja... Warte, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Dann wartet mal, ne? Wartet mal. Achso, wir haben einen kurzen. Ah, okay. Also. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir haben einen kurzen. So. Das heißt ja jetzt, wir haben eigentlich keinerlei... Na? Geht mal weg. Äh, wir haben keinerlei... Ach, doch hier. Ach, hier brauchen wir nochmal unsere Schaufel. Ja. Dann... Damit müssen wir leben. Jetzt weiß ich's nicht. Ich glaub, das waren Kräuter. Okay, dann ist der zumindest gestärkt. Okay. Ist in Ordnung. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Hm, nee. Hm, ja. Ach, nee. Und... Ach, ich weiß jetzt nicht. Gift auch. Ja, das war mir klar. Wenn mir was klar war, dann das. Gut. Betäubt ist in Ordnung. Vielleicht sollte man trotzdem erst stärken, oder? 20 ist super. Das war echt toll. Ne. Wir hauen hier drauf. Impressive. Impressive. Fünf, sieben. Betäubte schlecht. Den da hinten zu betäuben ist natürlich schlicht. Haken ist natürlich auch so ein Ding, weil das blutet. Und jetzt... wird die Krankheit wahrscheinlich nicht ausbleiben. Und? Wo ist er? Nein, wird es jetzt. So, können wir zum nächsten. Ja, wir können ja nur den. Okay. Ach, Mist. Mist, oder? Ja, ist mutig. Naja. Was soll ich tun? Ich nehm's mal hin. So, dann sind die zwei weg. Aber der darf noch einmal. Und ich müsste langsam wieder mal heilen. Das wäre echt super. Ähm... Ja, dann mal auf ihn hier. Reingehackt. Und... Zack. Betäubt. Und... Zack. Weg mit dir. Ja, eigentlich müsstest du dich selbst... Du müsstest dich eigentlich selbst zahlen. Ich sag's, was ist. Okay. Ah, seht ihr? Kritisch. Wieder ein Kritischen raus. Sie können uns nicht lassen. Sie müssen uns einfach mit diesen Kritischen immer erinnern. Vor allem, das geht immer so viel weg. Der ist eigentlich schon tot. Ach, ich darf keine. Hm. Du musst jetzt mal dich selbst teilen. Das ist für nix. Und... Da der waschen. Sterbe. Was? Komm mal, bro. Na, warte, 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 warte. Ach so, ich darf ja nicht. Das ist doof. Da kommen wir jetzt nochmal dran. Wen nimmt er? Ach so. Hm, 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 hm. Okay. So, und jetzt... Ah, wieder... Ach, und wieder ein Kritischer. Und natürlich wieder ein Kritischer. Und natürlich, ganz klar, betäubt. Na, das darf man nicht vergessen. Betäubt, natürlich. Nett. Ja. Oh. Nein! Bist du so schnell? Warum so schnell? Warum? Kritischer. Wieder ein Kritischer. Warum so schnell? Noch nicht mal im Ansatz war ich drauf gefasst. Und vor allen Dingen, der war geschwächt in Präzision und was weiß ich. Schon traurig, ne? Ich finde es ein bisschen bei mir. Ah, hätte ein bisschen mehr sein können. Ein kleines bisschen mehr. Okay. Ja, schön. Noch einmal. Ne. Naja. Wartlau. Ja, von mir aus. Okay, das ist besser, als wenn du... Ja, ja, ja. Komm. Tschüss. So. Acht. Sonst haut er immer so Schuhe nach raus, ne? Naja. Ich will's mal... Ja, genau. Man muss es eben manchmal nur so... Ja, eigentlich... 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 Ich lande jetzt Gifte. Wartel. Wahnsinn. Brauchen wir das? Man weiß es nicht. Könnten wir das brauchen? Ja, ich wüsste aber gar nicht, was ich raus tun sollte, ne? Okay, dann brauchen wir's nicht. So, hat sich hier irgendwas verendet, was wir nicht wollen? Ne, ne? Wir gehen hier runter. Und dann können wir... Halt, wartet. Zumindest ein bisschen nicht. Achso, wir haben ja noch eine Schaufel jetzt bekommen. Ja, das weiß ich immer, ne? Was das bedeutet hier. Naub, lies mal ein bisschen. Aha. Ja, ist gut. Ist gut. Naub. Ich verstehe. Ich verstehe die Problematik. So. Dann gehen wir hier rüber. Ja, jetzt bräuchte man dieses... Äh, ja. Ne? Was wir hatten. Naja. Das hat nix dazu. Verstehe ich. Ist klar, ne? So, was erkundet er hier jetzt noch? Hier hinten wäre noch was, aber... Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hin. Das ist hier schön. So, dann können wir zurück. Und gar keinen Stress bekommen, oder? Und dann können wir hier rein. Und dann müsste eigentlich in dem Raum... schon abgeschlossen sein. Und schon abgeschlossen sein. Die Queste. Eigentlich. Äh, schade. Wäre schön gewesen, wenn hier... noch was gewesen wäre. Jawohl. Na, also... Das machen wir jetzt noch zu Ende. Wartet. Wir können hier. Das machen wir jetzt schon noch zu Ende. Da... kenne ich nix. Hoffentlich wird's... Danke. Okay. Den nehme ich noch mit. Vielleicht gibt's ja noch ein bisschen was, ne? Ja, was ist denn jetzt? Zack. Nett. Wartet. Ich hab noch was. Zack. Weg. So schlecht war die Truppe hier nicht. Die ist besser durchgekommen als... manch andere, ne? Muss man jetzt mal dazu sagen. Unser Narb... Eigentlich, wenn unser Narb dabei ist, ne? Sieht's eigentlich immer ganz gut aus. Muss ich jetzt mal. Bescheiden, so. Ja. Der ist... Der wird zwar jetzt betäubt, aber... interessiert uns eigentlich nicht mehr. Ja, ausweichens blöd. Jetzt wollen sie's nochmal wissen, ne? Jetzt wollen sie's nochmal ganz genau wissen. Äh, ach so. Hier hier noch jemand... Das war genau richtig. Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Darfst du nochmal? Ne? Zack, Narb. Ne? Na, das ist so... Traumhaft. Und schau nochmal hier rein. Obwohl hier ist nichts mehr. Okay. Ja, ich sag's ja, wenn Narb dabei ist... Dann sieht die Sache, die Welt, schon wieder ganz anders aus. Ne, wir müssen ja bedenken, das war nur eine kurze, ne? Und für eine kurze... Beide haben wir auch nicht viel bekommen. Na, trotzdem. Für eine kurze... Fast 20.000. Das ging schon schlimmer. Ein Rückzieher. Stress verringert sich nicht beim Rückziehen. Juhu. Und robust. Plus 10% maximaler LP. Das ist doch mal was. Ciao, ciao.